Ich weiß nicht, ob es dann nochmal so ein ähnliches Level gibt. Also wie gesagt, es ist lange her, wo ich das als Let's Play gesehen hatte. Aber ich war der Meinung, dass es dann auch nochmal ein längeres Level gibt, was genauso ist. Kann aber auch sein, dass ich das dann bloß nie verwechsel. Ah. Boah, das als Zeit, das ist... Ah, ja, gerade wenn wir dann hier... Ja. Aber das Gute ist, wir verlieren ja kein Leben. Ah. Ich will aber auch nicht warten. Ja, das war... Das war sehr schlecht. Ah. Boah. Ich dachte jetzt schon... Äh, ich hab doch gesprungen. Warum? Ja, war sicher zu spät. Okay, da war gut. Äh... Ja, das war natürlich nicht ganz so gut. Ah. Ja, guck, geh weg. Boah. Ey, was ist das? Ich will aber jetzt auch nicht irgendwie warten, bis da dann irgendwie an einer bestimmten Position ist. Weil es geht ja schließlich um Zeit. Ich mein, ich mein, es gibt ja auch noch das Platin-Relix, auch das muss ja irgendwie... Oh, das war geil. Auch das muss ja irgendwie zu schaffen sein, zum Beispiel. Was ich natürlich jetzt nicht bestrebe zu holen, aber selbst das muss ja zu schaffen sein. Ah, ich hab mich jetzt zu sehr auf das Wildschwein konzentriert. Wenn das überhaupt ein Wildschwein war. Ja, ich hab da jetzt gerade nicht so richtig aufgepasst. Weil ich eigentlich immer nur auf meine Sprossen geachtet habe. Ich sag mal... Ja, das ist ein Wildschwein. Okay, das lief schon mal sehr gut. Das sah aber jetzt auch relativ knapp aus. Ja, ich bin doch draufgesprungen. Mensch, wenn du wegen so einer Kacke verlierst. Ich mein, der kann ja hin und her stulzieren, obwohl hier übelst die Löcher im Boden sind. Und bei mir explodieren die Kisten. Nein, und bei mir... Ich stürze schnell ab. Ey, was ist denn das? Ey, ich bin auf den seinen Kopf gesprungen. Ich wollte gerade springen. Warum ist denn das so schnell kaputt gegangen? Oder waren da Löcher drin? Hab ich's gar nicht so geachtet? Boah. Ey, das ist gerade so schlecht. Das ist... Ey, ich bin auf seinen Arsch gelandet und da bin ich tot. Hallo? Ich bin auf seinen Arsch gelandet. Ich bin auf seinen Arsch gelandet. Ui. Ich muss gerade an der Nase kratzen. Ey, das war gerade bloß knapp. Ah. Ja, hier kommt noch gleich wieder eins. Ah, dieses dumme Wildschwein, das tut mich so irritieren, ey. Weil normalerweise hatte ich mich ja sonst auf die Schatten konzentriert auf dem Boden. Aber jetzt konzentriere ich mich nur auf das Tier, damit ich nicht irgendwie dann nur dagegen hüpfe und da kommt so eine Scheiße zustande. Mensch, jetzt gehen wir nicht auf den Sack mit den Kisten hier. Ah, das ist aber dann immer nervig. Wenn du dann eigentlich schon viel weiter bist und dann am Anfang, weil du das eigentlich nur hinter dich bringen willst, dann an solchen Sachen scheiterst. Ja, komm. Ah, ich wollte gerade sagen, das war doch ganz gut, aber dann kommt so etwas zustande. Okay, äh. Schwierig war das dann noch mit den Schildkröten, wo wir die als Trampolin nutzen müssen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ey. Was ist denn das? Warum ist man denn dann sofort mit dem Boot? Ja, und das mit den Kisten, das geht mir so genauso auf den Sack. Das ist so unnötig. Meine Fresse, ich habe das doch genauso auch schon tausend Mark geschafft. Wenn ich dann diesen Kack dann wieder machen muss und dann daran versage, was ich eigentlich bereits geschafft habe, das ist doch dann einfach nur nervig. Und das ist die, die dumme Wildsau, die muss dann natürlich genau dort sein, wo ich bin. Also auf dieser Seite. Da habe ich mich so ein bisschen links gehalten. Nö, da muss die natürlich dann auch so ein bisschen links sein. Also, ooooh. Ich meine, das Level ist ja wirklich nicht gerade ohne. Jetzt ist ich wieder ein bisschen rechts ausgerichtet. Ey, willst du mich verarschen spielen? Das ist, ey, das kann doch nicht wahr sein. Soll ich ja wirklich erst warten, bis die vorbeikommt? Also. Boah, das geht mir echt gerade ein bisschen auf den Leim. Das Schwierige ist ja dann noch mit den, ähm, ja, wie gesagt, mit den Schlimmtröten. Ich habe doch gerade gesprungen. Ey, warum machst du das nicht, Crash? Ja, das wird, das wird wieder eine sehr lange und unproduktive Aufnahme, wie wir hier sehen. Ah, ja, komm, mach Eier. Bloß, ich möchte das jetzt schon gerne machen, weil ich jetzt, äh, weil ich das Level jetzt gerade so ein bisschen dritten habe, sage ich mal so. Ja. Ah, diese Warterei hier. Aber was will man anderes machen? Gibt es sicher einen anderen Weg? Entfessern? Ich habe es bei Dennis gesehen, der ist dann auch immer so auf den Seilen, auf den Seilen ein bisschen gesprungen. Aber das würde ich nicht hinkriegen. Ich würde dann, äh, abrundchen und runterfallen. Ich würde mir das dann schwerer machen. Boah, das geht mir für Sack. Meine Fresse. Wenn man dann anfangen schon wegen diesen TNT-Scheiß dort versagt. Ey, und wenn man dann dort durchkommt, ne, da tötet einen dieses dumme Schwein. Und zwar durch Berührung. Ey, hallo? Ja, komm. Meine Fresse, komm. Okay, wir sind weiter. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Äh, stimmt. Okay. Ah, das war gerade ein bisschen knapp. Boah, ich bin gerade angespannt, ja, das Lamm. Ich wollte gerade sagen, das Lamm wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Ah, aber wir waren ja noch nicht mal bei den Schüttkröten gewesen. Ja, komm. Ne, gerade bei den Schweinen werde ich mir ein bisschen Zeit lassen. Und vielleicht auch bei bei der ersten Sprungschildkröter. Ja, Gott. Ah, ich bin gerade echt ein bisschen angespannt. Was tue ich denn da? Warum bleibe ich stehen? Ich wollte irgendwie unbewusst ich dachte so im Inneren ähm, ja, jetzt bist du erst ganz kurz in Sicherheit. Genieße die Sekunde. Äh, dann wurde mir, dann wurde mir das irgendwie klar. Eigentlich habe ich da gar nichts dabei gedacht. Ja, im Ernst, ey. Oh, ja. Wie gesagt, wenigstens verlieren wir hier kein Leben. Das ist doch das Schöne. So kann man das dann auch am besten kennenlernen. Ja, komm. Alles Schöne ist bei den, äh, bei den Wildschweinen, dass die wenigstens nicht mal zurückkommen, wenn wir einmal vorbei sind. Ja, das, das war sehr schlecht, warum ist das so schnell, äh, zu brauchen? Oder war das so ein kaputtes Teil? Das habe ich jetzt gar nicht auf mich rumgehabt. Ja, komm. Ja, ich glaube, so habe ich den Dreh raus. Ah, wir müssen trotzdem nur an diesen Kackschuldkröten vorbei, also zumindest diese, wo wir dann nicht springen müssen, also die als Trampolinen verwenden müssen. Ja, komm. Ah, das war zu weit, das war zu weit. Ah. Aber es wird besser. Ja, das war zu weit, das war zu weit, das war zu weit, Gerade ich als Jump'n' One-Anfänger. Warum höre ich denn da auf, nach vorne zu zeigen? Ja, komm. Ich hab eigentlich springen gedrückt. Ich glaube aber zu spät. Jetzt genauso. Warum springe ich, äh, warum drücke ich denn da so spät? Naja, ich muss sagen, auch wenn das manchmal ziemlich frustriert, ja, man hat trotzdem ein, ich nenn's mal, positives Erfolgserlebnis, weil man auch merkt, man kommt wirklich dann auch voran. Also, es ist, man stirbt zwar tausendmal, aber die Levels sind an sich relativ kurz und manchmal frustrierend, ja. Das Schwein ist aber auch genau an einer sehr ungünstigen Stelle, also einer, ja. Ja, das ist schön. Ja, komm. Okay, das ist schon mal, ja. Okay, das ist schon mal, ja. Das ist aber auch so, wenn man's dann so weit schafft, da ist man dann aber auch angespannt, weil man auch nix versauen tut. Und dann kommt sowas zustande. Das ist dann aber auch das nächste. Aber es wird besser, es wird besser. Also, das, das halte ich jetzt mal von Gerücht. Also, eigentlich hab ich doch die TNT, äh, nicht die TNT-Kiste, äh, die TNT-Kiste nicht gekostet. Okay, ich hab ihn. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Boah, so weit, warum klappt man nicht mehr? Huuuui. Ich wollte mich, wie dumm, ich wollte mich gerade dann noch so ein bisschen ausrichten, weil ich so befürchtete, dass ich runterfalle, aber, ah. Aber es wird's besser, es wird's besser. Ja, komm. Hat schon nur doch so schwitzige Hände, das hab ich eigentlich bei kaum einem anderen Spiel. Gut, bei Metal Gear Solid 2, äh, die, 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 die VR-Mission, da hatte ich auch relativ schwitzige Hände. Da war das ungefähr so genauso. Also zumindest so bei manchen Stellen, äh, wo ich dieses erste Mal, ähm, gespielt hab. Also, äh, diese, äh, diese, fuck. Ah, und dann wird mir noch eine halbe Stunde angezeigt hier, wie, wie, die, die, die Kisten hier rumstehen. Und ich renne meine Sätze hier nicht. Meine Fresse! Mann! Oh, ich war schon viel weiter und das ist dann immer nervig, wenn du dann gleich am Anfang an eigentlich was relativ Simples, äh, äh, verlierst. Ja, komm. Ah, ich war klar, du bist jetzt zu früh abgeschritten. Ja, komm. Ja, komm. Ah, komm. Das kann, das kann sich jetzt wirklich eine ganze Weile noch hinziehen. Vielleicht haben wir mal einmal Glück und kommt durch. Und die Zeit passt einfach dann mal so. Ja, komm. Ja, das, das war ja wieder so dumm. Also, das ist ja noch nicht mal schwerste Level. Also, das war doch so blöd. Also, das ist ja noch nicht mal schwerste Level. Boah, jetzt ist er da durchgeflutscht. Meine Fresse! Okay, das war gerade wieder ziemlich knapp. Ja, komm. Ey, ist das dein Ernst? Ich habe gerade gesprungen. Ey, man kann das aber mit dieser scheiß Perspektive auch nicht immer so abschätzen. Ey, sowas geht mir echt auf den Sack. Boah, wenn du alles taust mal wieder rüber. Das ist nervig. Das ist zum Kotzen. Tatsächlich ist der Kommissz. Ja, wir sind ja noch nicht im Zich aufgeräum. Okay, das ist ja noch. Das ist ja noch nicht im Zich. Also, ich hab das aufgeräum. Oh, ich hab das jetzt. Wow. Oh, ich hab das. 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 Boah, das war gerade knapp Ich glaube, es wird Zeit, dass ich immer so ein bisschen mehr Zeit hier lasse Oh, das war so dumm, das war so dumm Oh, ich habe mich irgendwie nicht getraut, so weit nach vorne zu drücken Warum auch immer Oh, das ist doch zum Kotzen Ah, komm, geht um Zeit Das war jetzt, ah, ich habe das Schwein gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt Ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt hier schon wieder sitze Okay, Achtung, das Schwein Jetzt war ich aus dem Floh raus Oh, das war jetzt Ja, komm. Ja, sorry, wenn ich jetzt nicht ganz so viel rede, aber ich bin gerade auch ziemlich konzentriert hier und bin jetzt angespannt. Okay, ich glaube, wir sind jetzt so weit wie nie zuvor. Also mal ganz kurz und dann weiter. Wie dumm. Ich habe mich aber nicht getraut zu springen. Oh, der muss dort noch ein Schwein sein. Oh, warum? Ich dachte, wir kommen jetzt endlich mal zu den Schuldkröten. Oh, das ist aber echt ärmerlich. Ja, guck, guck. Ja, genau durch die Lücke. Ne, wisst du was? Ähm, ich gehe erst mal ins nächste Level. So will enden. Dann machen wir das Morgen zu Beginn der Aufnahme. Da. Bulldeltäsch.